ich bin mich mal urinieren ich bin nicht mal urinieren ich will mich mal an urinieren ich will mich an urinieren bleibt sitzen man sieht nur die hose und er bin wieder da ich glaube die sind echt gut die haben sogar so ein richtigen clan logo ich glaube don't shoot don't shoot blue shoot don't shoot der neift mich einfach alter die kriegen kein gl und kein hf der hat mich geneift ich glaube gegen pistols haben wir am ehesten die chance da auf long richtig schön zu pimmen du denkst das sind reiche oder bayer ist richtig reich das ist so krass wie reich bei der familie ist und war ja auch weil es die jüngste trilliardärin auf der welt einer was er weiter uns baut jetzt so dick auf die fresse bekommen der kerl als ich stehen auf einem fleck scheiße 48 und 99 ob das ist ja das hat er echt nett gemacht das war das ist ein guter gab immerhin einen punkt und ein assist ich will direkt doodlen also das haben sie ehemann ist auf den link bezogen ah ok läuft oh mein gott das wird ein mörderisch hartes spiel ok ich denke wenn wir kaufen dann wenn wir langsam spielen erstmal einen weg merzen und dann zu zweit drauf oder so sollen wir eine eco machen oder was ich weiß ich habe ja doch las kaufen das recht voll kümmerig ich hab schon wieder irgendwas es kam sogar so ein geräusch warte ich kann gucken ich hab zwar nur auf unterste auflösung und das teamspeak ist davor aber vielleicht sehe ich es gleich drop ist schon tot ich habe gekauft sorry ja ich auch ich auch full buy let's go alles cool ich warte auf dich bis du näher kommst jetzt habe ich es verpasst shit ich habe es eben kurz über den bildschirm flimmern sehen du gleich nach was passiert ist ich geh vor ich molly chicken er von mir bei mir stone 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 ach dieser hund komm den kriegst du den kriegst du der hat die bombe nice gg unit kannst du timeout kurz machen ich will kurz nachgucken was da was passiert ist du musst aber worten du musst auch worten ich muss das machen du musst auch dafür worten oder du musst ja ja worten an dem muss man nicht okay habe ich gestartet ja ja lass mal beide dass man so einen netter job wir sehen jetzt wohin gehen werde glatt meinte ja gut da gucken wir sind gucken soll den stream rein die vögel hast du verzögerungen drinnen nein die was ist so wollte ich das rein machen es rastet der chat ja war es zu spät jetzt im ernst oder witz hast du keine verzögerungen drin macht keine verzögerungen der bäden will Ich will mich verarschen, ich versteh schon. Ain't nobody Loves me, baby Aber warte, du hattest vorhin ja wirklich keine drin, ne? Barrel, jetzt mal ohne Flachs, ich hoffe du hast jetzt einer drin. Nee, ich hab die ganze Zeit keine drin. Barrel, wenn die uns jetzt ficken, what the fuck? Du uns jetzt nicht. Die ficken uns jetzt nicht. Wir haben ungefähr 5 oder 10 Sekunden Verzögerung dadurch. Also diese Standardverzögerung. Wir sagen einfach nicht an, wohin wir gehen. Hey, ich hab zwei Nudeln Wir gehen. Barrel, 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 keine Verzögerung drin. Spielen zu Pistol only und f*** auf Global alles. Aber wir haben halt Böcke. Okay, das ging gut. Wir machen das schon. Ich, ich. Nice, man. Die sind dann so beschäftigt in den Stream zu gucken, dass sie nicht mehr gescheit spielen. Da ist gerade mal recht. Aber der Well liest den Chat doch sowieso nie. Ja, nie. Absolut nie. Doch f*** die hin. Phoenix Drachen, der alte About Dribble. Das heißt, du bringst den Treiber auf Englisch Phoenix Drachen oder so, dass du das weißt. Ich bin frühflasht. Die sind auf Speedway, Vorsicht, könnten auch hochspringen. Heilige Viejo. Oh mein Gott. Alter, beide. WTF. Was ist hier jetzt? Sein Vater und seine Mutter. Haben es denn Waffen gehabt, die Boys? Ja klar. WTF, Alter? Kein Problem für mich. Der ist Dropped. Dropped? Ja. Sorry, sorry, sorry. Oh fuck, echt. Der hat mich... Und ich hab die Bombe und geh einfach hin, ich bin ein Vogel, ey. Vor allen Dingen 10 Sekunden bringen nicht unbedingt was. Also wenn, dann bräuchtest du schon, oder jetzt hier im Wingman weniger beim Matchmaking, bräuchtest du theoretisch fast eine Minute oder so. Hast du einen langen Aufbau machst mit Smokes und bis 30 Sekunden warten und Pipapo, dann stacken die dann trotzdem. Also ich hab bei mir einfach diese 30 Sekunden. Das geht schon ganz gut. Man kann ja auch noch auf 20 runter gehen, aber ich würde echt nicht ohne spielen. Also einfach für alle Fälle. 50? Sorry. Scheiße. Alleine schon... Ja, weil es einfach Löch-Boys sind, die dann zugucken und die können auch jetzt nur... Lecker schmecken. Aber irgendwo, wie gesagt, ich guck auch nochmal rein, man kann irgendwo einstellen, dass... Nicht-Abonnenten eine Verzögerung haben. Aber Abonnenten nicht. Das geht irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich hab letztens gehabt, das kann man dann easy peasy einstellen, schon... Das sind solche Kack-Boys-Geschichte. Long beide. Ich bin ein bisschen ange... Oh Gott, dieser kleine Vogel. Äh, beide Huff. Komm, wir machen eine... Zwei-Stunden-Verzögerung, dann sind wir auf der ganz sicheren Seite. Hm. Finde ich dran für die Minuten. Ja, ich hab irgendwo mal... Ich hab mich da ein bisschen eingelesen mit Verzögerung und die... Also die schlagen echt Minuten vor bei so großen Spielen. Aber da ist natürlich komplett... Äh, irrsinnig. Also man kann sich ja noch nicht mehr mit seinen Leuten unterhalten. Drop, drop, drop. Beide, drop. Beide? Okay. Alter, dieser kleine Kot-Vogel. Ich weiß nicht, wie man so viel Lack am Start haben kann. Schon wieder ein Headshot gefressen. Rollt ihr mich gerade durch den Wald? Ey, das sind doch die lackigsten Boys der Welt. What the fuck? By the law. Das gibt's doch gar nicht. Komm, wir dürfen nicht gegen solche Lack-Vögel verlieren. Das wäre Wahnsinn. Jetzt sind sie genoodled. Bin weit. Ich auch, ich auch. Long, beide. Oh Gott, sie rushen mich einfach... Beide wieder low, fuck! Einer low, einer half. Ah, du hast ihn schon, nice. Wo? Wo? Oh, kein Aim. Nice. Kein Aim und dann lockt er voll drauf, Alter. Sack, Dave. Kannst du mir gleich was droppen? Jo. Thinks me? Reicht's bei dir dann für was anderes? Achso. Äh, ich spiele jetzt lieber 94, die Runde. Okay. Thanks, Bri. Nein. Yee! Hey! 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 Ich bin mich mal urinieren. Adrian, mach das. Ich bin mich mal urinieren. Ich bin mich mal anurinieren. Ich bin mich anurinieren. Bleibt sitzen, man sieht nur die Hose. Und er, bin wieder da. Fuck da drauf, fuck da kam er jetzt grad zu hart. Ich glaub da ist der andere drauf. Okay. Ah! Boah nice. Mach ich, mach ich dir is sie. Die kleinen verkackten Streamsniper können gerade mal Eupacke bauen. Ich dropp dir. Thanks mate. Alleine schon für den Versuch. Dieses HH und hin und her haben sie eigentlich ab jetzt erst mal 800 Runden loose verdient. Ich hoffe ihr bekommt das mit, ihr Schweinebriester. Das macht man nämlich nicht. Nein, nein, nein. Und ich dachte ihr wärt cool. Das wird ein Long Rush. Oh, könnte auch. Das ist wieder kloppen. Ja, wir könnten zurückgegangen sein. Ja, hier ist niemand mehr. Ja, Drop. Beide? Ja, Drop, Drop. Leider 50. Tüte Wippe. Bitches. Extreme Snipe Faggot. So sieht es aus. Adrian. Dann riechst du lieber aus zu seiner Mutterrollen. Mutter. Ich will Koller. Ich will Koller. Ich will Koller. Mach ich dir mein Schatz, bitteschön.